Ich habe eine Gänsefamilie gerade entdeckt, wieder an meinem Lieblingsweiher. Kanada-Gänse sind es? Ja, Kanada-Gänse. Und die kleine davon, ich weiß nicht, ob man die ganz davon ist. Du, da hast du die Allernimmste. Guck mal, die hat noch Klauen am Kopf. Die anderen sind schon älter. Du bist die kleinste, gell? Ja, du bist die kleinste. Guck mal, ach Gott, ich bin neugierig. Ja, die sind ganz schön zutraulich, aber die können auch gar nicht... Oh, oh, da guck mal, hast du gesehen eben? Wie sehen sie sich hinterher? Hallo? Hier können sie sehen, die sehen. Ah, sie ist neugierig. Guck mal, wie sie guckt. Ja, die klappern hier das Gras. Aber die sind menschengewohnt. Hier kommen ganz viele Leute. Hier vorne ist auch noch eine Oma mit ihren Enkeln. Guck mal, wie sie strecken. Ach, die strecken Feinchen. Ja, hallo. Ihr seid neugierig, ja, das ist klar, ne? Da kommen jeden Tag so viele Leute zu euch und gucken. Ihr seid aber höfgebar, guck mal. Irgendwie. Ja, guck mal her. Wie die hier herkommt, wenn man sich so hinsetzt, ja? Habt ihr euch einen schönen Platz ausgesagt? Die kleine, guck mal. Die ist ja nicht mehr klein, aber... Wenn ihr ganz genau seht, dann seht ihr den Pflaumen am Kopf. Ja? Die ist die jüngste. Misskäkchen, sagt man doch da, gell? Aber irgendwie der Hans, guck mal, der macht es schon wieder so komisch. Der scheucht irgendwie also rum, ne? Also ich zähle zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und da hinten sind noch zwei. Das sind zehn. Ich bin sehr klein im Hinblick. Das ist ein, zwei, drei, Amanparn. although das zu fl forever ist, und da hinten sind noch fünf für mich. Und da hinten sind ja geknackt. ich bin einfach das, und da hinten beredet bin. Untertitelung des ZDF, 2020